Was ist der Apfel? Nein, fasst dir bloß nichts an. Ja, wir arbeiten daran. Recht oder nicht, Shea. Ihr habt uns alle betrogen. Achilles und mich. Sagt der Mann, der mir in den Rücken schoss. In der Siedlung? Das war der Chevalier. Ich treffe immer. Liam, nein! Oh, das war der Chevalier. Oh, ja. Das war's. Die Schatulle ist nicht erschöpft. Der Chevalier hat dafür gesorgt. Ihr findet sie niemals. Ich fand Hoops Leiche, Shane! Tut mir leid! Geh auf, Shane! Hier kommt ihr nicht mehr raus, ihr Bastard! Das war Glück. Wie oft soll ich es denn noch sagen, Liam? Ich mache mir mein Glück. Und wie macht ihr das, Bastard? Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Warum nicht? Achilles ist jetzt harmlos. Ein Mentor ohne Gefolge. Was für eine Welt erschaffen wir, wenn es keine Gnade gibt. Ferner. Er versteht, was diese Vorläuferstätten sind. Ohne ihn setzen die Assassinen die Suche fort. Guter Punkt. 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 und mich finden. Sie kann überall auf der Welt sein. Ihr könntet Jahre brauchen, sie zu finden. Vielleicht euer ganzes Leben. Seid ihr für diese Aufgabe bereit? Gut. Unglaublich. Wer hätte gedacht, dass Shell so viel Potenzial hat? Ich habe alles, was ich brauche, um unseren Auftrag abzuschließen. Nur noch ein Strohkopf. Wir müssen Shell Story hochladen. Nicht in die Helix. Ich will, dass ein paar Leute sehen, was wir hier gefunden haben. Ich will, dass es uns vor, wie ich Ihre Tippe in und wenn sie mich draufceu. dass wir uns in den Augen und wir uns verleisen. Wir wissen, dass sie auf der Kleine zu tun haben. Wir wissen, dass wir uns auf dem Boden schmelzen,